Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. In diesem Video wollen wir mal schauen, wie sich das neue iPhone 6 und das ebenfalls neue 6 Plus im Geekbench 3 Benchmark und im Sunspider Benchmark gegen das iPhone 5s vom letzten Jahr schlagen. Eigentlich wollte ich auch noch den Antutu Benchmark mit dazu nehmen, den gibt es ja auch für iOS, aber der ist wohl noch nicht wirklich mit iOS 8 bzw. den neuen iPhones kompatibel. Der stürzt eben einfach immer wieder ab und das geht natürlich nicht. Vorab die üblichen Infos, ich habe alle drei eben neu hochgefahren und wir haben bei allen dreien keinerlei laufende Apps. Das zeige ich euch nur schnell, die Bedingungen sind also hier wirklich identisch, deshalb können wir auch gleich loslegen. Ich starte auf allen drei Geräten den Geekbench 3, habe hier extra noch die aktuellste Version installiert. Hier sehen wir dann auch nochmal ganz gut die Hardware-Daten. Ich habe ja gestern bei den Unboxings gesagt, bei den neuen iPhones ist noch nicht ganz klar, wie der Prozessor so taktet und so weiter und so fort. Hier sehen wir auch ganz gut, hier haben wir den Apple A7 beim iPhone 5s, ein Dual-Core mit 1,3 GHz-Kern, dazu 1 GB Arbeitsspeicher. Bei den anderen beiden wird hier einmal 1,39, einmal 1,37 GHz angezeigt, bei beiden 1 GB RAM. Das ist safe, das ist klar. Aber wie gesagt, beim Prozessor, auch der Geekbench liest das noch nicht korrekt aus. Da gab es ja auch letztes Jahr dieses Problem, dass Geekbench beim iPhone 5s den falschen Takt oder die falsche Taktrate ausgelesen hat. Darauf würde ich also nicht jetzt zu viel geben. Warten wir einfach noch und dann wissen wir da sicherlich auch mehr. Wenn es da schon konkrete offizielle Infos gibt, also nicht irgendwelche Vermutungen, lasst es mich einfach unten in den Kommentaren wissen. Es gibt ja in letzter Zeit so viele neue News, da kann man schnell mal was überlesen. Hier seht ihr auch nochmal einen ganz guten Weiswert-Vergleich. Der ist bei den neuen iPhones nochmal besser als beim iPhone 5s. Das ist mir aufgefallen, das fällt hier auch ganz gut eben im direkten Vergleich auf, wobei der auch beim 5s schon nicht schlecht war. Aber Geekbench, seht ihr, geht sehr sehr schnell und zeigt eben sowohl Single-Core als auch Multi-Core-Score an. Ihr seht, ich habe natürlich bei allen drei Geräten iOS 8 installiert, bei den dreien sowieso ab Werk und beim iPhone 5s habe ich auch direkt das Update installiert. Also wir vergleichen hier schon definitiv einfach die gleichen Versionen. Und ihr seht hier jetzt die Werte. Single-Core-Score 1414, 1637, 1492, Multi-Core 2553, 2939 und 2715. Heißt, das iPhone 6 ist hier sogar etwas höher als das iPhone 6 Plus. Beide sind aber auch wieder etwas höher als das iPhone 5s. Aber das sind jetzt keine dicken Sprünge. Das ist einfach eine ganz normale Evolution hier beim Geekbench 3. Und jetzt schauen wir uns also auch noch den Sunspider-Benchmark an. Ein JavaScript-Benchmark-Plattform-um-Plattform-unabhängig. Entschuldigt bitte, einfach nach Sunspider googeln, dann findet ihr den auch schon. Bei allen drei Geräten natürlich die gleiche Version. Sunspider geht auch ziemlich schnell. Mag ich ganz gerne, weil gerade bei den iPhones, wenn man hier drei Mal das gleiche Betriebssystem hat, ist das ein ganz guter Vergleich. Und ihr seht, der läuft auch sehr sehr schnell durch. Wir können uns hier gleich mal die Werte anschauen. Es geht hier natürlich um die Spalte Total. Hier gilt übrigens, je niedriger der Wert, desto besser. Nicht je höher, wie das ja bei den meisten Benchmarks der Fall ist. Dann haben wir beim iPhone 6 342,1 Millisekunden. Gibt ja diese 1,5 Millisekunden auch schon an, dass der niedrigste Wert eben der beste ist. Und hier haben wir 425, hier 427. Also auch hier hat das iPhone 6 wieder minimal die Nase vorne. Ja, aber ihr seht schon, das ist alles sehr sehr stark. Also ein Wert von 300 bis 400 ist beim Sunspider definitiv ein guter Wert. Kein überragender, alles übertreffender Wert, aber es ist definitiv ein ordentlicher Wert. Was gibt es abschließend zu sagen? Wie zu erwarten war, enttäuschen die neuen iPhones natürlich auch in den bekanntesten Benchmarks nicht. Es ist schade, dass wir den Antutu nicht durchlaufen lassen konnten, aber der bricht wie gesagt bei der Hälfte immer ab. Und das sind eben alles immer noch nur Benchmarks. Es gibt wichtigere Dinge wie die Alltagsperformance, wie sich die beiden dar schlagen, also das iPhone 6 und das 6 Plus. Das klären wir dann natürlich aller spätestens im ausführlichen Review zu den beiden Geräten. Die folgen dann auf jeden Fall auch nächste Woche. Vielleicht noch ein paar Worte so zu meinem Ersteindruck, weil mich immer viele fragen, welches von beiden ich momentan bevorzuge. Also zwischen 6 und 6 Plus ist noch absolut total unausgeglichen. Akku und Kamera vor allem muss ich noch sehr sehr ausführlich testen. Aber so rein vom Formfaktor sagt mir momentan das iPhone 6 deutlich mehr zu. Das ist natürlich Geschmackssache, absolut subjektiv. In diesem Sinne, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.